Na hier landet gerade irgend... Ninja landet hier gerade, glaube ich, aufm Dach. Ja, da gibt mir jetzt nen One-Pump, Digga, weil er... Ist das bei dir? Ja, jetzt verreckt doch, du scheiß... Maaan! Wie du ihn gefinished hast, das hat man so gehört. Ja, wo kommt der denn jetzt her, Junge? Er fickt meine Mutter, er fickt meine Mutter, er fickt meine Mutter, er fickt meine Mutter, da ist ein Huch... Dummer Hurensum bin, der seine eigene Mom den Arsch fickt, Digga. Wow, 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 chill out, dog. Wie er sich da T reintut noch, Digga. Wasser. Das ist Wasser. Er skippt jetzt seine Maus an Ereken, nicht Ereken. Ihr wisst ja, dass es nicht ernst kann, meine Freunde. Man muss nur ragen. Fortnite Mond würdig, Digga. Diese Witze mit Fortnite Deutschland und so. Und wenn's richtig unlustig ist, dann Fortnite Litauen und so, find ich schon lustig. Hab ich noch nie gehört. Nee, in meinem Chat ist der beste Chat, Digga. Bei dir geht's ja nur... Wahrscheinlich Fortnite Mond, was ne Scheiße. Noch nie so'n schlechten Witz gehört, Digga. Krass, wie er abgehoben auf einmal ist, Digga. Das war Fortnite Sonne würdig. Ja, jetzt wird der Witze immer besser. Das ist wieder komplett. Ach was hell. Guck mal wie die beiden hier kriechen, ist so süß, Digga. Das ist ja 200 IQ Kill, Freunde. Kobe! Der wird erstmal schön gefinisht, obwohl ich damit nichts zu tun hab. Geil! Obwohl er nicht gefinisht ist, unmöglich. Ja, natürlich. Juckt ihr nicht. Ja, Leute. Ich find so'n Chalker grad. Richtig eklig. Ich könnt mich selber anspucken, wenn ich in den Spiegel gucke. Ja, Digga, das ist... Kein Bock mehr. Ich find das so hart, Digga. Ja, Spiel dann. Es kommt halt wirklich John Trunks, Digga. Wenn man so mega abgefuckt ist und nur auf die Fresse bekommst und du mähtest, dann schippt man jede Runde gleich wieder. Und deswegen geht's jetzt nach Greasy Grove, Kamu. Da kann man gar nicht so abgefuckt sein. Das ist halt so frustrierend, dass man einfach aggressiv aufs Spiel ist und halt weiter zocken will, is was ich meine. Nein, okay. Bei uns ist es gerade auch so, nicht mal für ne 10 Kills kann man ne Doni machen, sondern zum Beispiel für eine Runde, wo keiner ausrastet. Und so, aber das würden wir nicht schaffen. Wann steigst du aus? So zwischen Tilted und Shifty? Hm. Ne, ich steig genau aus, wenn der Bus im rechten Winkel zu Blüzy Grove fliegt. Hast du nen Geodreieck auf dem Monitor angelegt? Ja, Mann. Wir sehen, dass ich diese Runde sterbe. So, da geh ich safe mit. Da setz ich mir ein ganzes Geld drauf. Meine ganzen... ...20 Euro, die ich im Kommen habe. Jetzt gewinne ich so aus Versehen so, ich verdrück so die ganze Zeit die richtigen Sachen. Mach so 20, warum? Hab so richtig Schaum vorm Mund, Alter. A few inches later. Hier sind zwei. Einen hab ich. Sehr gut. Er finischt mich. Er finischt mich. Bitte nicht. Digga. Der RPG. Oh nein, Digga. Ich wollte ihm halt irgendwie... Was er gerade gemacht hat. Digga, ganz ehrlich. Weißt du, ich gebe ihm jetzt so Just for Fun so ein Trickshot mit RPGs. Passt schon, Digga. Carmo, denk an die Subs, bitte. Oh! Nein! Digga, jetzt mal Realtalk. Aber was ist das? Digga, ich hab grad Ledged 20 Bullets einfach komplett durch ihn durch geschossen. Ich war mit dem weißen Punkt auf ihn drauf. Ich check's nicht. Das war eben, Digga. Ich krieg's wirklich nicht, Digga. Und das war Ledged nicht mal veremmt. Ich war mit dem weißen Punkt auf ihn drauf. Versteh's? Aber du kannst dich doch literärlich schon auf die neue Runde in Salty Springs freuen, oder? Echt kein Bock mehr auf das Spiel, Digga. Ich muss sagen, das Rad gefällt mir echt gut. Bedank mal beim Busfahrer, Digga, schnell. Ne, man. Das ist ein Hurensinn. Ja, wie sollen wir die Runde jetzt gut spielen, Digga? Das ist einfach ein Hurensinn, Digga. Das Spiel hat mir noch nicht so wenig Spaß gemacht heute, glaub ich. Er hat sich echt nicht bedankt, ne? Krass. Krass. Ich spucke auf seinen Kopf, Digga. Scheiße. Alles klar, Digga. Hier sind noch mehrere Pumpguns. Wenn der jetzt hinter mir ne Waffe hat, ich schwör, ich heule. Junge, jetzt chill doch mal. Der oben mit dem Dach ist bisschen weak. Mit dem Dach ist auch noch einer, ja? Und zwei Leute kommen nach vorder Tür. Den einen hab ich. Noch niemand mit dem so schnell gegessen. Ich hab fünf Minuten ne Burger aufgegessen. Sag, du schon fertig bist. Ja. Jetzt kommt kein Menschen, der schneller ist als ich. Oh, Marcel macht grad Ninja, Digga. Uns ist ein Chub, Marcel. Ja, ich weiß. Kleiner Push. Wo ist denn der, Digga? Bei dir? Wahrscheinlich gibt der mir noch einen 80er Hit, Digga. Deinen ist hier vorne noch da. Lost. Sorry. Den Dings von dir her. Von Broken House, Broken House. Was? Der hat einen Granatenbären von Stinkbomb. Er kriegt richtig Damage gerade. Er weint richtig. Ich rief die nächste Kamer richtig perfekt. LOL. 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 Ey, guck dir das an, Isa. What the fuck? Was war das? War das dieser neue Impuls? Ja, aber irgendwie sind die da hängen geblieben. Jetzt war dich beim Busfahrer bedankt, Digga. Alles meine Schuld. Wie er schon Dreiecke gedrückt hat. Okay, warte. Aber du weißt doch noch gar nicht, wo es hingeht, Carmo. Nein, Carmo ist besser, man, Leute. Carmo ist mein Duo, wenn Isa nicht ist. Oh, ich bin dann mal raus. Okay, Flush Factory Carmo. Okay, wir machen einen zweiten Spin. Seitdem Carmo 70k geholt hat, denkt er, er wäre Gott. Ja. Das ist es, Bruder. Hier ist Salty nochmal. Guck mal. Und jetzt bedankst du dich bitte mal beim Busfahrer. Diese waren auch jeden Einzelnen bei mir. Naja, ich waren Leute, die mich komplett tot beleidigen. Wahrscheinlich tot beleidigen. Ja. Ich glaube, 80% deiner Subs hassen mich eigentlich. Ich glaube, mich hassen 100% eurer Subs. Und das nächste Mal screenshot ich alles, was die Leute schreiben. Da kann ich sie gerne schicken, Digga. Wenn du mir nicht glaubst. WAH! Ich dachte gerade, ich hätte den Shotgun nicht bekommen. Ich dachte, er hat sie durch mich durchgesaugt. Nice, das versteckt, Bruder. Hätte ich fast nicht gesehen. Er macht mir richtig Druck von oben. Boah, er macht so ernst, Digga. Er ist ein richtiger Tryhard, Digga. Richtig, richtiger Tryhard. Ich glaube, wir haben seit 3 Stunden keinen Win geholt, Digga. Okay, warte mal. Kammer, wir müssen uns irgendwann überlegen, was unser Spiel mehr Spaß macht. 50-50. Welche sind jetzt die Skins? Weißt du, was wir machen müssen, Digga? Das Burger-Duo muss nochmal zurückkehren. Ich hab den Burger verkauft. Echt jetzt? Boah, krass, tut das weh. Ich hab den Burger noch, wollen wir in Duo sein? Guck mal, Kammer, kauf dir jetzt mal den Tomatenkopf, Digga. Das ist halt der hässlichste Skin im Spiel, ne? Aber dann werden wir endlich mal das Tomaten-Burger-Duo. Nee, nein, danke, Digga. Ich hab den jetzt nicht mehr tauschen, Digga. Okay, ähm. Okay, wir können, wenn du willst, auch Tilted gehen. Du darfst den Tilted-Joker ziehen. Wahrscheinlich gehen wir Tilted, Digga. Das sind noch mehr Aids. Okay, pleasant. Weil ich jetzt irgendwie bei Junkjog schon. Hey, wir müssen noch nach Dasty gehen. Ja, okay. Ich wollte noch gucken, ob du charakterlich einbrichst. Wobei, ich hab ehrlich gesagt gar keinen Bock. Mann, Dasty ist so totlangweilig, ne? Okay, dann, wir können auch noch jetzt nach Tilted abwiegen. Ja, komm, let's go. Tilted? Ich hol die Runde jetzt zum Tilted. Okay. Auf der, dem du gebannt hast, hat geschrieben, wenn Kamo keinen Hund holt, dann ist er so salzig wie das Essen einer verliebten Mutter. Ich bin wieder tot, weil ich keine Waffe kriege, Digga. Man muss uns einsehen, dass man auch noch schlecht ist. Hättest du mich jetzt gesürtet, Digga. Benutze es, benutze es! Oh, Gott sei Dank, mit 4 HP, ich komm zu dir, Digga. Loil, Digga, was war das? Oh, Digga. Komm, Marcel, wir müssen aber ein bisschen Teamwork machen. Ja, Digga, würde ich ja... Komm, wir pushen die. Ich hab halt 54 HP, ne? Ja, reicht auch. Er ist hier drin. Hier links, glaub ich. Der eine ist ja hier um die... Ja, er ist hier. Hab ihm 67 gegeben. Boah, krass, Digga, krass, krass. Ey! Das geht nicht, Kamo, sag mir, wie er mich geholt hat. Erklär's mir mal. Oh, Digga. Recht, Digga. Alter, so krass, wie er mich da geholt hat. Mann, die sind auch Chests im Kopf. Oh, Digga. Hab ich das gedodget, Mann. Sag mal, reden wir nicht. Ja, Digga, ich weiß nicht, was ich machen soll. Top Main halt, er wirft alles runter, was er hat. Er ist richtig der Bomberman da oben, Mann. Digga, ich hab 6 von diesen neuen Impulsgranaten. Shit, die Sonne kommt. Komm, wir hoch. Ich geh uns mit dieser Granate rüber. Ah, shit, getoppt. Nice. Oh, Megalill. Hast du ein Jumphead vielleicht? Nee. Da sind vorne uns welche geriftet. Das war mal da vorne links. Ja, ja. Komm, wir rauf, komm, wir rauf. Geh ganz vorne auf die Spitze. Wow, das hat ihm nichts gebracht. Sieht so schön aus, Digga. Es ist so grazierend. Majestätisch irgendwie, Digga. Jetzt hab ich auch ein Jumphead bekommen. Nein, Digga, das ist zum Ersten. Ich hab das so lange nicht mehr gejoked, Digga. Und jetzt genau passiert es. Und jetzt genau passiert es. Ja, den Marcel-Schutz. Ja, ich hab's gesehen. Wenn ich jetzt gestorben wäre deswegen, Digga, ich würde ausrasten. Mein Gott. Digga! Als ob jetzt einfach rausgegangen ist. Das kann nicht sein, dass das gerade passiert ist, Digga. Das kann nicht sein. Hast du's gesehen, Digga? Ja, ich hab's gesehen. Das musst du erstmal hinkriegen, da so rüber zu fliegen. Ein paar Minuten später. Ich glaub, Kamu Reet erst wieder ein, wenn er den Wing holt. Ja. Wenn er ihn nicht holt, wird's die schlimmste Reaction aller Zeiten. Oh, oh, da ist der Sandwich. Ja, ich hab's. Er denkt, du hast in so einem Modus, Digga. Gleich kriegt er so einen Wunden Pump. Wo kommen die Schwuchten her, Digga? Ich wüsste. Geil, Digga. LUNO MACHTES FACECAMP GESÊNNN Geil, Mann, ich hab so, ey, Digga, dass du's auch so perfekt sagst, hätte ich niemals erwartet.